Wenn der Winter da ist und die Tage kürzer werden, beginnen viele von uns, an das Füttern der Wildvögel zu denken. Diese Aktivität ist nicht nur eine Quelle der Freude und der Verbindung zur Natur, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle beim Überleben vieler Vogelarten während der harschen Wintermonate. Allerdings ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass beim Füttern von Vögeln im Winter leicht Fehler gemacht werden können, die sowohl für die Vögel als auch für die Umwelt nachteilig sein können. Einer der häufigsten Fehler ist die Verwendung von ungeeignetem Futter. Während es verlockend sein mag, Reste oder gängige Lebensmittel wie Brot oder gesalzene Nüsse zu verwenden, können diese für Vögel schädlich sein. Vögel benötigen eine nährstoffreiche Ernährung, die oft spezifische Samen, Nüsse und Fette umfasst. Das richtige Futter ist entscheidend, um den Vögeln die Energie und Nährstoffe zu liefern, die sie benötigen, um den Winter zu überstehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Hygiene an den Futterstellen. Schmutzige Futterstellen können zu einem Nährboden für Krankheiten werden, die sich schnell unter den Vögeln verbreiten können. Regelmäßiges Reinigen der Futterstellen mit warmem Wasser und einer milden Seife kann helfen, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Ebenso ist es wichtig, altes oder verschimmeltes Futter zu entfernen, um die Gesundheit der Vögel zu gewährleisten. Die Platzierung der Futterstellen ist ebenso von Bedeutung. Futterstellen, die zu nah an Fenstern platziert werden, können das Risiko von Vogelkollisionen erhöhen. Andererseits, wenn sie zu versteckt oder in der Nähe von potenziellen Raubtieren platziert sind, können sie für die Vögel gefährlich sein. Eine geschützte, aber offene Lage kann helfen, diese Risiken zu minimieren. Unregelmäßiges Füttern ist ein weiteres Problem. Sobald Vögel eine zuverlässige Futterquelle gefunden haben, werden sie darauf angewiesen sein, besonders in Zeiten, in denen natürliche Nahrungsquellen knapp sind. Unregelmäßiges Füttern kann die Vögel in Schwierigkeiten bringen, besonders bei strengem Winterwetter, wenn sie sich auf diese Futterquellen verlassen. Warum solltest du Vögel füttern, wenn es Vogelfutter gibt, das kostenlos an Sträuchern wächst? Achte darauf, in deinen Garten heimische Sträucher zu pflanzen, deren Früchte Leckerbissen für Vögel sind. In einem naturnahen Garten, der nicht perfekt aufgeräumt ist, leben auch viele Insekten, die Vögeln als Nahrung dienen. Damit schaffst du die natürlichsten und einfachsten Futterquellen für Vögel. Zuletzt kann Überfütterung ein Problem darstellen. Zu viel Futter, das nicht von den Vögeln verzehrt wird, kann Verderben und Schädlinge anziehen. Es ist wichtig, die Futterzufuhr zu überwachen und nur so viel zu bieten, wie die Vögel in einem vernünftigen Zeitrahmen verzehren können. Das Füttern von Vögeln im Winter ist eine wertvolle Handlung, die sowohl den Vögeln als auch den Menschen Freude und Nutzen bringt. Indem man diese sechs häufigen Fehler vermeidet, kann man sicherstellen, dass die Vögel sicher und gesund durch den Winter kommen. Durch die Beachtung der richtigen Fütterungspraktiken, einschließlich der Wahl des richtigen Futters, der Aufrechterhaltung der Hygiene, der sorgfältigen Platzierung der Futterstellen, der Regelmäßigkeit der Fütterung und der Vermeidung von Überfütterung, tragen wir dazu bei, das Wohlergehen der Vögel zu fördern und gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht zu unterstützen. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Fehler deinen Garten über den Winter zerstören können, dann schau dir noch dieses Video an.